Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich fahre jetzt gleich los nach Köln zur Gamescom. Das erste Mal jetzt. Ich bin mega aufgeregt auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe man sieht einige von euch. Ich denke mal wir treffen uns da. Folgt mir mal auf Instagram, weil da werde ich immer Updates posten. Auf Instagram heißt ich Black Wolf oder Black Wolves. Und Link packe ich auch nochmal in die Beschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns da und haut rein. Mega gehypt. Haut rein. Ciao.